Hallo und herzlich willkommen zur Folge, äh, und zwar, ähm, Minecraft Leben, ja, ähm, ich hab ja letztes Mal angefragt, der erste Tim, ob der mir, wow, was geben kann, an Schleim, ich will gucken, ob der mir gekippt, Schleim, hallo, nein, doch, nein, hallo, was ist mein Schleim? Hallo, hallo, Sir, ich will schon mal einen Schleim haben, ah, da, der hat ja mir einen Schleimblöcken gegeben, ja, und, nice, danke, brauche ich noch einen Schleimblöcken, ja, passt, hab's ja aus der Szene den Falschen gegeben, achso, okay, hat er ja nichts gesagt, oder was? Hab, sie, aber, danke, also, ich hab jetzt ein Stack und, ach, das wird wohl reichen? Lass mal da was. Ne, Schleim, ganz mal ein Schleim. Ja, das sollte reichen, hoffen wir mal. Ich hab ja keinen, äh, Dick, ich hab ja keinen Schleimblöcke. So, das find ich immer sehr gut von ihm. Er hätte noch in der letzten Aufnahme noch geschrieben, 80.000, damit wir beide es fast ernst, weil wir haben davon ist ja auch noch kaum Ahnung, aber, glaub wir uns ja nur, Spaß. Also, ich hab noch einen anderen Kollegen gehabt, der mir heute Morgen diese 4 Millionen angedreht hat, äh, ja, dann wär ich zu dem gegangen, hätte den mal nett gefragt. Ähm, ich kenn den Typ nicht, direkt, instant, ja, hat er mir das gegeben. Aber, wir wollten uns lieber fair erfahren. Ja. Also, ich brauche, äh, Koppel. Nein, Koppel. Ja, ich weiß es, ich weiß es. Eisen. Ich weiß es immer noch. Und Redstone. Weiß ich auch. Junge, da wirfst du ja schon wieder alles durcheinander. Ja, ganz ehrlich, ist es auch scheißegal, weil, drei Folgen und hier sieht es eh wieder aus wie Himmels und am Sofa. Kannst du ihn, oder bist du? Klar. So. Na, na. Äh, so. Ups. Ähm. Mit verbaut. Ja, hoffentlich. Mit Stein. Wir sind das hier schon richtig schön. Und wir spielen hier jetzt so ungefähr, so ungefähr, fünf Stunden. Ja. Und dafür ist das schon echt. Und ich erste, als wir gekauftet, äh, gebaut haben, war es vor dem Haus. Ja. Äh, Ossi, du hast Holz, oder? Ja. Okay, gut. Also, Holzstämme, meine ich. Ja. Okay, nee, dann hast du die eben bekommen. Ich hab mich grad voll erschrocken, weil, die hatte ich jetzt nicht mehr im Inventar, aber hatte die halt eben. Aber dann ist okay. Brauchst du die? Nein, nein. Okay. Dann halt nicht. So, super. Geht aber, oder? Ja, es geht. Oh, die Schleimbälle. Oh, die Schleimbälle. Vergangen. Hier hin. Eigentlich müsste ich mir eine Schaufel holen, aber für die fünf Blöcke lohnt es nicht. Ja, Schaufel haben wir. Schaufeln haben wir genügend. Ja, aber du musst halt fünf Blöcke abbauen, rechts am Ding. Und dann noch drei Sandblöcke oder so. Dafür brauch ich dann nicht eine Schaufel oder so. Doch, ich war eine Schaufel. Oh, da ich nicht aufmutter, weiß ich, wo ich meine Schaufeln getan habe, ja. So. Ich weiß jetzt auch mittlerweile auch, wo alles ist. Ist nicht. Jetzt haben wir auch aufzuräumen. Ja. Das hat jetzt voll gelohnt. Hm. So, zack, 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 zack. Ganz ehrlich, den Block hier, den sieht kein Mensch. Weil da kommt eh ein Dach drüber und rechts am links kommen Blöcke dann... Doch, ich seh den, ja. Hm? Ich seh den. Ja, noch. Ähm, da muss... Was kommt da hin? So, ähm... Dein Mäuerchen hin. Boah, sie baut mehr oder minder freie Schnauze. Ich hier richtig aufwendig. Hallo, 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 hallo. Ich späu jetzt die Farm, Alter, ja. Ich hab gesagt, mehr oder weniger. Okay, mehr oder minder, aber... Die Klappe. Nö. Du hast das Recht zu schweigen, ja. Genau, ich hab das Recht, aber ich muss das nennen. Hm, scheiße, doch, musst du. Ähm... Ja. Da ist mein Redstone. Hm. So, dann brauchen wir das erstes Mal... So. Aua. So, da. Super. Das waren zu viele Verstärker, aber juckt mich nicht. Wenn du nachher irgendwo zu wenig davon hast. Oh. Ich weiß ja, wo es vorher war. In den Verstärkern. Mhm. Auch ein Zaun. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich hab ne Spitzhacke. Ähm... 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 Autsch. Ich brauch mehr Stein. Ich brauch mehr Stein. Ich brauch viel dabei, aber egal. Da. Ich brauch mehr Holz. Ja, das war zum Thema viel Holz. Voll dagegen Holz. Hm, ja... Ja... Ja, da ist mein ganz Holz. Bräuchte ich gerade ja. Ich wusste ja, dass du Holz hast, aber ich wusste nicht, dass das so viel war. Na, wann ist es so viel? So, ähm... Ich hab schon gedacht, ich hab das komplette Holz jetzt gekillt, was wir hätten. Nö. Und auch sieht auf einmal an. Ach, hier hast du noch 30 Stecks. Äh, 30 Stecks, ja. Stecksch. Stecksch. Und dann sieht das kacke aus. Da muss ein Zaun rein, damit das so einigermaßen passt. Dann kommen... Da die dann. Und hier kommen... Hm. 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 Falsch. So, dann... Ähm... Pfff... Autsch. Jetzt die Frage, soll ich hier drin... Okay, dann... Aua. Ah, das soll ich gerade ein bisschen. Ja. In der Folge ging einfach 30 Minuten, ne? Was? Gerade eben, die Folge ging einfach 30 Minuten. Lol. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ne, deshalb hab ich auch so schnell abmoderiert. Weil ich dann auf einmal rüber geguckt habe. Und mir nur so gedacht hat... Okay. Vielleicht mal abmoderieren. Vielleicht soll man es sein lassen. Ähm. Ähm... Irgendwie leckt das mal, wenn ich ein bisschen hochfahre, oder nicht? Hm? Leckt das Partie, wenn ich die Maschine hochfahre? Nee, eigentlich nicht. Gut. So, dann haben wir das, und dann können wir das hier nochmal teilen. Das. Nein! Oh. Ja, okay, das reicht dann hoffentlich erst mal. Ich bin immer am Feld, wenn ich Hunger habe. Okay, Karotten gehen eigentlich doch voll. Ähm. So. So. Was am Arsch? Testen, ob ich es richtig gebaut habe. Natürlich habe ich es richtig gebaut. Kommt auch von mir. Hm. Stopp. Du hast aber so die Regeln durchgelesen. Dürfen wir uns überhaupt sowas bauen? Äh. Ich hoffe. Und sowas stand da nichts. Gut, aber bei vielen Servern ist der Redstone-Sanfall verboten. Ja, richtig aufwendige Redstone-Sachen. Wobei, die habe ich bisher auf jedem Server, wo es verboten war, gebaut. Die Admins kommen halt ab und zu dann mal gucken, gucken dich dumm an und gehen dann wieder. So. Ah, Gott. Die bleiben dann halt eine halbe Stunde daneben stehen, dann schaltest du die einmal ein, dass es so richtig schön rumruckelt. Dann verpisst der Admin sich und dann ist alles sehr gut. Ähm. Warte mal. Ich bin jetzt auf. Ach, natürlich. Ich muss denn der höher ausgehen? 65. Was? Loll. Ah! Spinne. Was denn? Spinne. Ja, die vergewaltigt dich da unten. Ey, du, du Skelett, Alter. Ich muss gar nicht so drauf gucken. Ich bin jetzt auch geschlachtet, Alter. Die Farm ist genau auf der Höhe für den Truhen. Da könnte ich was machen, dass unten, wo der Weg ist, dann eine Truhe rauskommt, wo dann das Walzen reinkommt. Ja, mach das doch. Okay. Ist halt ein bisschen Eisen aufwendig, aber egal. Ach ja, stimmt. Ja, okay. Aber trotzdem, das ist eigentlich voll cool, dann. Ja. Muss ich gucken, solange nicht zu viel verschwenden ist. Nein, ich verschwende nie was. Ein bisschen sollten wir halt noch auf Lager haben, ne? Ja, mach ich doch. Ähm, wir haben kein Eisen mehr. Hoch! Ach, da ist noch ein bisschen Holz. Ich hab gedacht, hey, haben wir kein Holz mehr? Eigentlich schon. Eigentlich. Äh, fuck. Ich bin ja jetzt schon außerhalb. Oh, ey, das ist so ein Abfuck. Ich muss eigentlich schon wieder einen Typen anfragen, der mir hier kurz was umbaut. Ja, das Problem ist, es ist genau... Eins, zwei, drei... Drei Blöcke zu wenig. Nein. Es sind genau drei Blöcke drüber. Endlich. Ich meine, du kannst ja gucken kommen. Und sagen, ob das so geht. Oder ob wir lieber saven lassen sollen. Äh, ja. Weiß ich nicht. Äh, das Problem ist... Eigentlich würde ich das mit dem Saving richtig lohnen. Weil ich bin mit meiner Fabrik auch über der Grenze. Ja, okay, dann. So, da kommt noch so ne... So, also, jetzt hab ich ein paar Hoppchen gemacht. Hoppchen. Hoppchen. Hopp, hopp. So, dann... Oh. Warte, das kommt ja gar nicht da rein. Ähm... Ossi? Ja, ich würde sagen, das, was ich wieder weiß, wie ich wieder gefallen lasse ich doch. Näh, 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 näh. Du? Komm noch eine Minute. Du sollst mal gucken, komm. Das hast du nicht gesagt. Ossi, voll überfordert. Ja, ich bin ja Bauer, da kommt so duber Fabi. Ja. Okay. Ich bin so tief entspannt am Bauen, oder? Oh, cool, kann ich jetzt den Tee zenten? Wir kommen, wenn man da uns im Bestand, bitte, halt mal, Alter, was ist denn der F... Hey, nein, halt, stopp! Ja, und wie gesagt, halt, das ist halt drei raus. Und wenn wir hier den Ball auch noch mitnehmen, dann ist es... Moment, drei, hatte ich hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ungefähr... Drei, äh, elf ist es dann weiter. Wir müssten elf noch nach hier theoretisch, damit das... Ja, und drei, und dann noch hier in Richtung Sonne. Nee, in die Richtung, wo du grad bist, müssen wir, äh, elf. Ja, und hier, auch ein bisschen, wie in der Farm. Ja, ja. Und hier rein kommt auch noch ein Tisch. Ja, genau, wer verbindet sich? Das ist so scheiße, dass man das nicht unterbinden kann, dass sie sich verbinden. Na, egal, passt schon. Äh, jetzt darfst du aber. Juhu. Juhu, nein. Äh, ich würd sagen, das hast du wieder, wenn ich das Video gefallen lasse. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, schönen Tag noch, und ciao. Tschüss. Äh, sagen wir das dann kurz...